Da, 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 da! Mensch, hör bloß auf zu singen. Äh, sure. Dankeschön. Okay. Ähm, hello. Hast du eine Ahnung, wo es ein Meteor gibt? Äh, sure. Würdest du es mir sagen? Äh, nein. Äh, sicher. Okay. Es ist ein schöner Tag, den wir haben. Äh, sicher. Denn hier hinten befindet sich ein Meteoritenfeld. Das ist kein normaler Applied Energistics Meteor, sondern vom GW Sheridan gebaut. Und, ja, wenn... Wenn ich gebaut sage, dann bedeutet das ja auch, äh, wie ihr vielleicht schon bei der Stadt gemerkt habt, der hat's in sich. Und, äh, wir probieren's mal. Und hoffen, dass wir da was erreichen können. Und da ist noch ein kleines Welle auf der linken Seite. Und wir nähern uns. Also ist ganz schön weit entfernt. Wie ihr merkt, und, äh... Ja. Hier ist der Meteor. Und zwar nicht nur einer, sondern mehrere. Und der Große ist der Casus Knacktus. Die kleineren sind recht uninteressant. Und ich weiß, was ich vergessen habe. Ah, ich hab vergessen, Top of Evil mitzunehmen. Ah, deswegen hier vorne. Ähm, ja, und... Das bedeutet, ich komm gleich wieder. Bis gleich. Bis gleich. Und da, después... Da, da, da... Da, da, da... Da, 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 da. So, da sind wir wieder. jetzt mal mit im Job aufhebeln. Pluck, pluck. Jetzt wollen die ganzen Spawner ausrühren. Geh! Pfui! Hopp, kommt mal aus. Ah, da oben gibt es immer wieder einen. Guten Tag. Guten Tag. Ich hätte mir vielleicht Milch mitnehmen sollen. Pfui! Ah! Ah! Verdammt! Ja, Milch wäre auch nicht schlecht gewesen. Vor allem, wohin mit den ganzen Spoilern? Na, wo ist denn? Ah! 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 Guten Tag, guten Tag, guten Tag, guten Tag! Kommt schon! Ah! Huh! One no meter! Äh, ja, ich brauche mal wieder ein bisschen Platz. Also da unten könnte es reingehen, ähm, der Menge der Spawner zu urteilen, die da unten sind. Davon ist noch ein Creeper-Spawner, okay. Okay. Dann ist auch noch ein Wohencreeper-Spawner. Unten Zombies-Spawner. Unten, äh, keine Ahnung was, Spawner. Piu! 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 Oh nee, ich bin wieder schlecht im Wogen! Hm. Piu! Piu! P ting! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhh Oh! Also es gibt hier ein paar Spoiler. Nehmen wir mal alle mit, ich weiß wofür wir es brauchen können. Wo kommt der denn her? Und wie? Da kommt noch einer. Da muss doch noch irgendwo ein Spawner sein, da oben ist noch eine Spinne. Spawner entdeckt. Spawner Die Lunchbox wird auch ein wenig leer. Spawner Um Spawner Saar und Kelly Turden Was war das denn für ein Hit hier? Und es wird dunkel, yeah! Mmh! Bis zum nächsten Mal. Also nicht nur eine Tonne Spawner, sondern auch jetzt noch Dukel. Äh, ja. Da muss noch irgendwo einer sein. Die Batterie ist leer. Der hat noch. Der geht runter. Also ich bin schon fast der Meinung, ich sollte wieder zurückgehen. Ja, also willkommen dann nochmal wieder. Nachdem wir ein bisschen aufgeräumt haben. Bis gleich. Wuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu Weeee Wie ist er einfach weg? Spoiler Cave Spiders Ich hasse das Cave Spiders Ich habe immer noch keine Mitte dabei So Aber Verkehrte Pickaxe dabei Nee, nee Obsidian Okay Also ja 2 Millionen F sind Bleib hier vorbei Cobalt So Dann gucken wir mal Ob sich das alles sehr gelohnt hat der Strasse Ja Da braucht das gleiche Gewöse Wir werden es gleich sehen Wir sind auf der richtigen Hölle Und jetzt eine Bombe rein Schmeißen Da ist Alle sollten auf jeden Fall noch nicht tun Oh 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 Einen Tag. Äh, lassen wir das. Ähm... Ja, wir arbeiten uns dann hier vor und vor. Da sind vielleicht mal ein bisschen Licht hin. Ähm... Müssen wir aufpassen. Wuh! Das war noch. Wuh! Ja, aber ich seh schon, dass meine Axt ein bisschen verschleißt. Da ist noch nicht. Aber... Die machen sich selbstwürdig. Und wie ihr hier sehen könnt, ähm... Gibt's hier jede Menge Kabel und Panels. Autsch! Leute, Zombies! Stellt euch besser vor mich hin, damit ich besser geschützt bin. Ähm... Diese komischen... Hellen Dinger hier. Das sind die Spatial Pylons. Ähm... Und damit kann man im Endeffekt ein... Ein Gerüst bauen und... Dann den Inhalt zwischen diesen Spatial Pylons austauschen. Und auf so einer Spatial... Äh... Dings drauf packen. Ähm... Da hinten sind noch. Ähm... Ist auch ganz witzig. Ähm... Wer... Material Energy kennt. Ähm... Der... Ähm... Hat da diesen... Diese Spatial... Äh... Schon mal gesehen. Das waren nämlich diese Räume, die immer ausgetauscht worden sind. Und äh... Mini-Zombies. Äh... Äh... Ja... Jetzt wird's interessant. Oh! Hier ist ein Temperature Regulator sogar. Immer noch Mini-Zombies. Und... Natürlich... Äh... Kaputt! Ja... Hm... Äh... Hier war irgendwo ein Ausgang. Da. Äh... Lass mal die mal weitermachen. Und... Ich muss wieder zurück. Dummerweise. Ähm... Hm. Schade. Äh... Habe ich nicht dran gedacht. Also bis gleich. Mal wieder. Wiii! No, I don't want that.